Ice cream, bring that ice boy Walking on that side, yeah They can't tell me why, word I don't even need no lies, ay Got my own little spy, ay Look me in my eyes, yeah All your dreams gon' die, word Same old day with the same old flow With the same... Kleinesgleichen hat hier nichts verloren Leiser ruhig I don't know, I don't know I don't know, I don't know 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wir haben nichts. Wir haben nichts. Wir haben nichts. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ja okay, ich glaube, das haben wir hoffentlich. Was für nünftiges Wörter. Ich bin in der Endstadt und wollte einen neuen Wagen. Ich gehe noch eben hin. Ach so. Ich hätte einfach weggehen müssen. Okay. Auch gut. Da werden jetzt aber einige andere besser. Das ist eine schöne Treue. Nein, kaputt ist. Das ist mein neuer Wagen. Ich bin zu Fuß unterwegs in der Endstadt. Ich brauche eine neue Karre. Bin dabei, Junge. Ich lasse ihn schon mal warm laufen. Hier ist dein Wagen, Bars. Das ist eine große Hilfe. Jo, da ist schon fett, die Karre hier. Das ist ja mal richtig. Boah, wirklich. So. Kurz wieder, weil ich nicht überniet, was bitte die falsche Tasse zum Driften drückt. Die sogenannte Sowjetunion hält Osteuropa weiter fest im Hürgegriff. Aber ich kann euch sagen, wenn du noch nicht, was ich so wissen habe, machen es mit Tschechien-Ruskis nicht ganz leicht. Im Gegenteil. Männer und Frauen der Tschechoslowakei leisten den Invasoren Widerstand und das völlig gewaltfrei. Die führen die Rotten nur so an der Nase rum, dass sie ihren Augen in den Spanzen jagen. Wie kann man einer solchen Revolution tatenlos zusehen? Wie blind muss man sein, um nicht zu erkennen, dass diese trotz Kisten und Linden... So, bleiben wir mal so stehen. Immer schön, sie zu sehen bei der Hand. Was denkst du dir eigentlich? Was denkst denn du dir eigentlich? Boah, wir haben schon wieder so viel Bargeld. Noch besser geht's nicht. Oh, ich, ich verpiss mich. Weg hier! Oh, Jesus! Erwischt! Ich brauche ein bisschen Bargeld. Danke für die minimale Munitionsspende hier. Ich könnte eine Nachschublieferung in die Innenstadt gebrauchen. Bin gleich da. Bestes Netz hier aufgebaut im Mofi. Boah, Alter. Mit der flachen Flüner schiebe ich ja alles zusammen. Mit der flachen Flüner. Untertitelung des ZDF, 2020 Und schlau. Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, regen die Bitches sich auch mal lobe auf hier, gell, knirre. Ja, regen die Bitches sich auch mal lobe auf hier, gell, knirre, 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 knirre. Oh, 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 oh. Das ist mir jetzt auch mal ein bisschen was Checkout. Das ist mir jetzt auch mal ein bisschen was Checkout. Das ist mir jetzt auch mal ein bisschen was Checkout. Das Schlimmste ist, das Ganze sollte unauffällig laufen. Ich schwöre, dass ich was gehört habe. Ja, das ist schon ein Riesenschwanz. 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 Was ist das? Was? 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 schade bedauerlich ich verzweifle aber egal easy gg würde ich trotzdem sagen ich mache mich schon am technisch ein so ich Das machen wir hier schon mal. Zeig mir mal was da ist. Komplette Ausrüste. Sieg. Sieg. Alle Außer��-Benimike. und edge Psalmige! Ja da ist diese Frage hier schon abschließt nichts. Ich sehe ihn. 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 Er hat schon Angst bekommen. Ich hätte gedacht, die packen mich hier wahrscheinlich. Ich sehe ihn. Ich sehe ihn. Warum denn? Ich krieg die Krise, Mann. Ich krieg die Krise. Ich krieg die Krise. Ich krieg die Krise. Ich krieg die Krise. ja mann das könnte Die Nackarten eigentlich noch mal anrufen, aber ich glaube, wir müssen jetzt auch anrufen. Die Nackarten eigentlich noch mal anrufen. Die Nackarten eigentlich noch mal anrufen. Die Nackarten eigentlich noch mal anrufen. So, jetzt gehen wir rücken hier vor. Ganz systematisch herm Ausrollen. Die Nackarten eigentlich noch mal anrufen. Guck nicht so blöd, sonst baller ich dir die Rübe. So, zack, komm, komm. Komm zurück, du blöd Mann! Ich zehre ihn wieder her. Bist du das Drecksack? Jungs, ihr seid noch dummer als die Polizei erlaubt. Stehen da die Arme zu bergen. Komm, komm, komm. Wir stürmen hier langsam das Gebäude. Ich weiß nicht, was war das? Ich weiß nicht, was war das? Ich weiß nicht, was war das? Das könnte was schlimm sein. Das könnte was schlimm sein. Los, los, los! Los, 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 los!